Wie du schon nahe bist? Grüß dich, ich bin der Dominik. Der Dominik, ja. Und ich würd mir gern den Baringer Ulm-Franzais von der Schnopps-Idee wünschen. Du kennst den, Polschen? Ich sag klar, ich kenn ihn. Ja, dann lass uns duschen. Eine Polka-Franzais, ein ganz spezieller Tanz, eine mittelmäßig schnelle Polka ist es. Wir lassen uns einfach überraschen. Auf geht's! ... ... ... ... Musik 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 Ich bin begeistert, ich bin begeistert. Und mir geht das Herz auf, wenn ich so junge Musikanten höre, wie ich es seid. Und ich habe es ja gerade im Herbst in Innsbruck beim Alpenländischen Volksmusikwettbewerb das beste Prädikat ausgezeichnet. Er spielt mit Recht. Und das ist großartig, was da nachkommt. Gerade in Niederösterreich, das ist wunderbar.